willkommen zurück bei airport simulator so jetzt haben wir 6 uhr das heißt flüge 2 von 2 weg machen wir nicht 4200 kriegen wir da 4600 oder mehr kennen wir den da und den da drei aufgaben und zwei aufgaben alles klar nächstes ereignis gibt es ein bisschen flotte flotte und los geht's und fahren hin ein neuer tag beginnt so können wir gleich da rumfahren sind wir gleich da warum so einen umweg machen okay auf geht's so wir haben gleich stufe 3 geschafft oder ist es jetzt erst noch stufe 1 erkennt man so schlecht wir müssen jetzt auf jeden fall mal hier geld einsammeln kriegen wir wieder was so wunderbar warten wir mal bis es 100 prozent hat so dann fahren wir das da in gepäckt worden Wo ist denn das da? Ach hier. So weit. Okay, und Stopp. Und den Bus fahren. Aufgabe erledigt, okay. 3800 schon. Uh. Fliegt der jetzt weg, oder was? Ach so, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, Gepäckwagen. Bus hätte ich gar nicht mehr fahren müssen. Warte mal kurz. Kann man das andere auch gleich? Nee, kann man nicht. Dann halt nicht. Wenn wir uns mal das Gepäck hinbringen. Und dann zum nächsten Flug. Okay. Ich mache es mal. Nicht mal. Also, ich mache es mal. Was war das denn? Okay. So, jetzt sind wir gleich da, auch gleich wieder so reinfahren, dass das passt, ja oder so, so der Bus ist abgeschlossen, 14.03, sehe ich das jetzt dauert noch ein bisschen, kann man kurz warten, bis das hier fertig ist, bei 100 Prozent, ist ja gleich, wunderbar. So, dann haben wir auch diesen Flug geschafft. Das waren noch nicht so viele Aufgaben, das geht ja noch. Das war ja hier mein Bus. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Symbol da heißt. Ist das vielleicht zum Reparieren oder wie? Stimmt. Irgendwann fällt der aus. So. Dann hier Kraftstoff. Tag. Neues Level. Hey. Juhu. So. Bäh. Ha. So hektisch. Nichts überstürzen. So. Hier Gepäckwagen. Oh je, der fährt immer langsamer. Oh Gott. So. Das haben wir auch. Nächstes Ereignis. Bus. Auch gleich hinfahren. Aber wir sind schon gleich in der Nähe, das ist gut. Warum bin ich nicht immer zu weit fahren? Der fällt auch noch so langsam hier. Oh Gott. Warum? Ist doch kaputt, ne? Oh wei, oh wei. Komm ja nie an. Ha. Scheiße. Warte mal kurz. Ähm. Zuhause Fahrzeuge. Bus. Zustand schlecht. Ha. Gottes Willen. Ha. Oh wei, oh wei. Ja, kann man sich's machen, ne? Ist halt so jetzt. Ah, wir haben wieder 32.000 Euro. Also das bringt schon was. Ha ha ha. Terminal, terminal, terminal. Wieder auf den Pfeil achten. Okay, wir sind richtig rum. So. Gepäckwagen. So. Gepäckwagen. So, wisst ihr was, bevor ich da irgendwo hinfahre? Erstmal reparieren. Das ist ja eine Chaostrophe. Mache ich das? Da vorne? Bist du, oder? Das muss jetzt hier irgendwo sein. Das muss jetzt hier irgendwo sein. Das machen wir jetzt gleich mal. Und dann gucken wir mal, ob das gleich was bringt. Ich hoffe. Werkstatt ausbauten. Wartung beginnen. Hm. Hallo? Mach der mal. Hä? Personnel. 15.000? Ja komm, mach mal's. Zack. 5.000 machen wir auch mal. So, jetzt aber komm. Nee, mach der nicht. Hä? Warum nicht? Was ist denn das Schmarrn? Ich komm da nicht mit. Pfff. Wahrscheinlich geht das nicht, weil ich hier diese Dinger dran hab, ne? Kann schon sein. Okay. Hä? Hä? Oh Mann. Dann fahren wir jetzt dahin. Was ist denn das? Was ist denn das? Zeigt schon nix an. Vielleicht gehen wir nochmal in die Werkstatt, bevor wir das ganze Zeug in unsere Halle einlagern. Dann nochmal vorbeifahren. So. Vielleicht das. Schalala. Pfff. Pfff. Kann's leider nicht schneller machen. Geht nicht. Aber ich muss bestimmt reparieren. Bestimmt. Lalalalala. So. Jetzt sind wir da. Endlich. So. Der Bus. Weg mit ihm. Weg. Weit weg. Weg mit ihm. 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 Wir müssen erstmal zu dem Punkt hinfahren, dass das überhaupt checkt. Dass du überhaupt weißt, was da los ist. Oh Gott. Da hat sich schon ein bisschen übertrieben, was da ist. Vorne ist er ja das Dreifahrer gefahren. Jetzt sind nur noch ein Drittel davon. Das ist ja schon anschlafend hier. Aber was soll's, wir ziehen's durch. Wir haben alle Zeit der Welt. Und es ist auch keine Zeitlupe, die ich hier fahre. Das ist wirklich so. 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 Wie ist das? Achso. Okay. Muss ich so rumfahren. Sehr gut. So, der Bus ist schon mal abgeschlossen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt kommt das Nächste. Kann man auch noch hinkriegen. Kann schon eine längere Folge werden, so langsam wie das läuft hier. Dass hier kein Durchgang ist, ne? Das nervt. Ich hab mir geradeaus fahren. Ne, ich muss hier immer außenrum fahren. Oh kacke. Also, dass da dann dieser Punkt. Ich hab mir geradeaus. Und hier. Egal. Ey, das war richtig. Ich hab mir geradeaus. Ich hab mir hier keinen Thürger. Ich hab mir geradeaus. Ich hab mich noch mal diesen Vorbereitscmugner. Ich hab mir geradeaus. Ich hab mir geradeausgered. Ich hab mir geradeausgerollein. Ich muss das ganze Gepäck erst wieder dahin bringen. Und das mit dieser lahmen Ente hier. Und dann nochmal zur Werkstatt in der Geschwindigkeit fahren. Und dann bin ich tot. Diejenigen, die sich jetzt abgeschalten haben, den gratuliere ich, die das so lange durchhalten. So, ich bin sogar richtig rum. Hurra! So. Abgeschlossen. Kraftstoff-Dings noch. Der fährt wenigstens ordentlich. Gott sei Dank. Und so, genau so fährt der Bus immer. Das ist schon schnell. Schon schnell. Genau. So. Fahren wir den mal hin. Wenn es jetzt auch wieder nicht geht mit der Werkstatt aus. Aber was soll es sonst sein, ne? So. Jetzt warten wir mal kurz. Vielleicht funktioniert es ja. Und wegfahren. Woah. Alter. Schreck mich nicht. So. Wenn wir schon mal dabei sind, fahren wir den gleich mal weg. Jetzt haben wir wieder 17.000. Schmerzen. Halleluja. So. Upgrade-Workshop. Level 5 brauchen wir dafür. Nö. Nicht wie wir das fahren. So. Ich will jetzt mein Tankfahrzeug erstmal in die Halle reinbringen. So. Wegen nur einer Sache die schnell fährt. Höhöhöhöhöhö. Ja, es kann schon sein, dass weil ich ja mit den anderen so viele Unfälle gebaut habe, es kann schon sein, dass das kaputt ist. Müssen wir halt das dann reparieren. Okay. So, Gepäckwagen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt fahre ich hin. Wenn ich so draufgehe, dann kommt nichts. Also, aufgetankt ist es. Also, das kann nicht sein. Als ich vermute es, dass es an der Reparieren liegt, vermute stark. Aber wenn das klappt, dann bin ich schon mal froh. Dann weiß ich schon mal, was zu tun ist. Und wir haben 5.000 Erfahrungspunkte schon. Uh. Das ist ja gut. Dann schauen wir doch mal. Okay. Was zurückgeben? Was ist das da hier? Was ist das? Wartung, ja. Und da tut sich mal gar nichts. Hä? Was? Was? Ja, möchte ich. Das ist abgeschlossen. Zuhause. Draußen. Okay. Fauen wir das Ding auch mal dahin? Ja gut, wahrscheinlich muss ich neue Busse kaufen, doch. Aber von was? Das wird der Gaudi. Ja gut, wenn ich das hier zurückgebe, vielleicht reparieren sie dann, ne? Das kann auch sein. Okay. Aber das Fahrzeug ist weg. Das ist komisch. So. Abgeben. Ja. Okay. Dann machen wir mal den nächsten Tag, oder? Jawoll. Huha. Pfff. So. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Airpods Simulator 2019. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht gelockt. Bis dann. Tschüss.